Oh, 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 oh! Heute Abend wird es einen Livestream geben. Alter, was ist hier los? Nein! Falsch! Heute Abend wird es auch einen Livestream geben. Zur Story um 22.20 Uhr ungefähr werde ich anfangen auf YouTube. Wenn ihr Lust habt, einfach mal reinschauen. Jawollek! Das ist meine erste Multiplayer-Runde. Ich kann die Steuerung noch nicht, also... Ich erinnere mich nur an das, was ich von der Beta kenne, beziehungsweise von dem Tech-Test, was ja eigentlich eine Pre-Alpha war und keine Beta. Ja, deswegen muss ich ein bisschen reinkommen. Ich spiele momentan mit der R201. Denn, ja, das Sturmgewehr, das kenne ich. Das ist mein alter Freund. Den habe ich genudelt. So. Unser Titan ist... Oh, Entschuldigung. Äh, auch gleich ready. Das freut mich sehr. Nee, komm zurück. Oh, shit. Irgendwie ist die Sensitivität sehr hoch. Also, die ist wirklich sehr hoch. Äh, da muss ich mal gucken, dass ich das... ...nach der Runde mal einstelle. Bam, Junge. Bam, Junge. Ein Haken-Kill. Ein Haken-Kill. Ich glaube, ich habe sogar einen Double-Kill gemacht. Was war das denn gerade für eine Stimme? Bam! Titan! Äh, und da sieht man auch schon den ersten neuen, den es nicht in der Pre-Alpha gab. Im Tech-Test. Äh, Hammond heißt der, glaube ich? War das irgendwie sowas? Äh, ich glaube irgendwie so... Nee. Nee, Hammond hieß er nicht. Hammond ist doch die Firma gewesen. Ähm. Scheiße, wie hieß der denn nochmal? Manfred! Ich taufe ihn jetzt auf den Namen Manfred. Ich kriege das Scheißding da einfach nicht weg. Der hat hier so eine, äh, Plasma, die man mit L2 aufladen kann. Jetzt ist sie aufgeladen. Aber das heißt nicht, dass man trifft. So, fick dich einfach. Einfach mal weggeballert da. Wir haben 175 Dollar, sehe ich gerade. Können wir mal theoretisch abliefern? Machen wir jetzt auch mal. Oh, shit, Alter, bin ich hochgesprungen. Alles klar, die Banken sind zu. Dann nehme ich mal wieder rein. Kopfgeld hier leer. Sie sofort zerstören. Ach ja, wir spielen Kopfgeld. Also, äh, es gibt halt so verschiedene Orte, an denen dann immer irgendwas kommt. Jetzt zum Beispiel ein Titan. Und, äh, die Titans, die muss man dann platt machen. Ähm. Mit L1 kann ich Titans festhalten, weiß ich. Mit R1 habe ich Raketen. Junge. Ah, mit Dreieck kann ich schweben. Nice. Ähm, ja. Ich glaube, man kann sogar zoomen. Das wusste ich gar nicht. Oh, oh, ich muss raus. Aussteigen. Jawohl. Ist ja fast gar nicht hoch. Hi. Oh, 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 shit. Äh, rein da. Hilfe. Ah, Titans. Oh, oh. Ah. Äh. Moment mal. Ah, nee, das ist ja meine Titan-Waffe. Ich wollte gerade auf eine Pistole wechseln, aber dann habe ich ihn mit meiner Titan-Waffe platt gemacht. Alles klar. Kein Ding, Junge. Ich kann's halt. So, was ist hier los? Leute. Wollen wir da mal rauf, ne? Da wollen wir mal rauf. Oh, da hat er seine Batterie verloren. Oh, dann nehmen wir mal den hier gleich mit. Hier, Granate. Bam. Zack. Und nochmal mit dem Haken. Oh, da hat er mich sogar fast erwischt, Alter. Holy shit. Hier, Granate. Bam. Gib ihm. Er ist gedoomt. Titan kommt. Ja, mein Freund, du kriegst jetzt Besuch. Hi. Alter, was ist denn hier los, ey. Also, der hält auch nicht viel aus, der Titan. Der hat sehr wenig Leben. Man sieht es schon. Der ist jetzt schon Half-Life. Der ist mehr so das mobilere Stück. Ich kann auch nichts mit dem treffen, Alter. Der hat halt nur so einen Einzelschuss. Das ist kein schöner MG. Oh, oh. Oh. Alter. Aber dafür hat, äh, kann er halt auch sehr weit rutschen hier. Also, zack. Das ist schon ein gutes Stück, was er da zurücklegen kann. Moment mal, wir können ihn finishen. Wir können ihn auch finishen. Nein, warum konnten wir ihn nicht finishen? Der war doch schon doomed. Warum ging das nicht? Okay. Aber wir haben ihn geplättet. Jetzt sind wir hier momentan die einzigen Titans. aus meinem Team. Ja, die Gegner haben gerade keinen. Äh, was ich auch sagen kann, es gibt ja die Netzwerk... Alter, der hat getroffen. Easy. Oh. Gib ihm. Ei, 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 alter. Mach ihn weg. Nein. Ja, doch. Ich hab ihn. Alter, was ein Finisher. Was ein Finisher, alter. Der konnte ja mal einiges, alter. Boah, da ist halt sogar voll reingerannt. Äh, was ein Nubbel. Ich weiß, mein Titan ist so gut wie down, aber seiner jetzt auch. So, tschüss. Nein, die andere. Noll, nice. Ist er einfach auf ihn drauf gelandet, ey. Was ein Wichser. Äh, man kann hier im Spiel auch, äh, solche Netzwerke erstellen. Dass man mit Leuten da halt zusammenspielen kann. Es wird angezeigt, wenn einer von denen online ist. Äh, man kann ihn dann auch ganz einfach im Spiel einladen. Ich hab da jetzt mal eins erstellt. Äh, die Clubspost heißt das natürlich. Und, ähm, falls ihr Interesse habt, ich weiß nicht, ob man das einfach so suchen kann. Äh, sonst im Zweifel könnt ihr mich einfach mal anschreiben. Dann werde ich das klären. Äh, werde ich mir das mal angucken, wie man das macht. Aber wenn ihr wisst, wie das geht, ob man da einfach irgendwie suchen kann. Ich glaub, man kann da suchen. Dann einfach die Clubspost mal eingeben. Und dann könnt ihr da mit dabei sein. Dann werde ich euch auch mal einladen für eine Aufnahme und sowas. Dann kann man da auch schön zusammen spielen. Und, ähm, ja, was man da noch alles so schönes machen kann. Da werde ich aber noch, äh, ein extra Video zu machen. Das wird alles zur gegebenen Zeit kommen. Ich wollte jetzt einfach nur erstmal hier ein Video aufnehmen vom Multiplayer. Dass ihr davon schon mal was seht. Um alles weitere werde ich mich dann, äh, demnächst kümmern. Dass man da schön zusammen spielen kann. Ich will gucken, ob ich das irgendwie auf Englisch stellen kann, das Spiel. Das, äh, Englisch finde ich das geiler. So, Titan ist da. Nein! Scheiße! Titan, halt durch! Ich bin unterwegs! Yay! Hoch da! Los! Ach komm, ich liefere erstmal mein Geld ab. Der kommt eh zu mir. Stufenaufstieg! Jawohl! Und rein da! Ta, ta, ta! Ja, okay, wir haben 500 Punkte Vorsprung. Das ist jetzt nicht der Shit, ne? Aber, äh, wir sind im Vorsprung. Wow! Shit! Der hat gesessen. Da ist doch irgendwo einer reingeraten. Hey! Alter! In your face einfach nur. Verdient! Äh, da ist ein Titan. Oh, oh! Scheiße! Was ist hier los? Oh, lol! Alter, wie viele Titans hier jetzt sind! Okay, das ist der vom Dingens, vom Kopfgeld. Aber trotzdem. Junge! Junge! Geh mal weg! Oh, nein! Das war falsch. Äh, ich wollte nicht schweben. Ähm, ja. Mach' ihn weg! Mach' ihn weg! Ja! Ne, ich geh' auf den! Mach' ihn weg! Er ist doomed! Er ist doomed! Er macht auch einen Abgang! Den brauch' ich, dann krieg' ich das Geld! Raus! Boah, ich hab' den, glaub' ich, sogar wirklich noch gekriegt. Komm' schon! Nein, Haken! Lass' mich nicht in den Stich! Hoch da! Haken! Ähm... Ach, wir haben ja auch Waffenverbesserung. Stimmt. So. Zero Problemo. Oh, oh! Nein! Scheiße! Ich hatte ihn gehört, aber... Da war's denn zu spät. Da wollte er mich mit seiner Titan-Waffe killen, aber das kann halt nur ich. Nice, das haben wir auch gekriegt. Nein! Ach komm, minus 50 Prozent, Alter. Alles klar. So, Kohle abliefern. Ich seh' dich! Jawolleck! Jawolleck! So macht man das. Jawolleck! Geld abliefern! Nein! Nein! Okay. Gut. Äh... Ah, da sind wir gestorben. Mal gucken, kriegen wir hier noch was? Ihn haben wir. Boah, wir haben schon 1267 Euro angezahlt, oder was? Oh, da stand da zumindest irgendwas mit Bank? Nee, Konto stand da. Deswegen geh' ich mal davon aus. Äh... Oh, shit. Bereit machen für Titanfall. Eventuell... Nein! Ach, Mann! Scheiße! Ich muss da hin. Titan! Ich komme! Oh, oh! Titan! Nimm mich! Jawohl. Wo ist er hin? Wo ist er? Da ist er. Lol, der hat ein Schwert, oder was? Der hat ein Schwert! Warum hat der ein Schwert? Kranker Dude, Alter! Feine Schaar! Warm, Alter. Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob ich eventuell ein bisschen zu laut bin. Äh... Das liegt daran, dass mein Spiel ein bisschen laut ist. Scheiße, das war dumm, dass ich da aus dem Rauch rausgegangen bin. Alles klar. Gib ihm alles, was du hast. Jawolleck. Also, die Ulti finde ich geil von dem. Raus, 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 raus. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, das haut ordentlich rein mit verbesserten Waffensystemen. Und dann die Anti-Titan-Waffe. Das tut ordentlich weh. So. Jawohl, Stufenaufstieg. Neues Waffen-Level. Bam, zieht's euch rein, wie er kassiert, Alter. Scheiße. Scheiße. Womit hat er uns getötet? Mit einem Noob-Tub, natürlich. Was anderes können die Leute auch nicht. Äh, so. Ach, schade. Ich hab kein Geld mehr. Neues. Boah, also ein Finisher hat da echt einen geilen, muss ich sagen, der Titan, den ich hab. Ich weiß grad leider nicht, wie der heißt. Äh, sechs Stück gibt es übrigens. Äh. Ich hätte sowieso mal ein bisschen mehr zu den Anpassungsmöglichkeiten und so erzählen können. Es gibt irgendwie 100 Tarnungen, die man auswählen kann. Jeweils für Waffe und, äh, Titan und Pilot. Ich weiß aber nicht, ob die unterschiedlich sind. Ich glaub, die sind alle gleich. Aber, ähm, 100 Tarnungen sind trotzdem schon eine Menge dann. Das hat nicht jedes Spiel. So, Niederlage. Wir müssen da jetzt abhauen. Wir sind, äh, Stufe 3. Jawolle. Ach, komm. Ernsthaft. Nein, ich wollte nicht hier rein. Ich will da hoch. Nein, ich will da... Moment. 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 Moment, noch nicht. Jetzt. So. Alter. So, ich werf mal Granaten. Also, es gibt 100 Tarnungen. Man kann sogar verschiedene Exekutionen auswählen, wenn man Titan, ähm, Pilot tötet. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie, was man da drücken musste für die Exekution. Also, man konnte da auf jeden Fall verschiedene Exekutionen ausführen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das geht. Äh, man kann die auch auswählen. Äh, freispielen muss man die, glaub ich, oder irgendwie sowas. Und dann kann man da auch, ähm, verschiedene Leute mit töten. So, 22 Kills haben wir gemacht. Hab ich 22 Kills gemacht? Was? 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 Ich weiß nicht, ob ich 22 Kills gemacht hab. So, die L-Star haben wir freigeschaltet. Jawolle. Zusatzmunition. Yay. Und ein Visier. Ja, da haben wir ordentlich was freigeschaltet im ersten Spiel. Zusatzmunition auch für die Anti-Tank-Waffe. Northstar. So hieß er. Stimmt. Sehr beweglich, aber hält wenig aus. Dafür einen geilen Finisher. Und, äh, eine geile Ulti, muss ich sagen. Ah, Nuklearausstieg. Das ist, das ist nicht schlecht. So, wir haben echt 22 Kills gemacht. Alles klar. Und 1.402 Punkte eingesammelt. Das ist eine Menge. Erster aus dem Team direkt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und, ja, da unten seht ihr schon. Hier, Network, ähm, die Club-Spurs. Da könnt ihr einfach mal, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man da irgendwie, äh, was hinschreiben. Äh, irgendwie suchen. Äh, ich werde mich damit nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Ihr könnt's ja mal versuchen, da, Moment mal. Hier, Networks, aktivieren. Durchsuchen. Ja, stimmt. Man kann wirklich suchen. Also einfach die Club-Spurs eingeben. Und dann, äh, könnt ihr das auch finden. Hoffe ich. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.